Hallo zusammen, ich bin wieder deutscher Land, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guard präsentieren. Heute geht es mal um ein Toy, das wir nicht im Game bekommen, sondern was wir außerhalb vom Spiel uns holen können, wenn wir dann bereit sind ein paar Euronen auszugeben. Und ja, um was für ein Toy handelt es sich? Einmal hier frostiges Fire-Banner und das gibt es über das BlizzCon-Ticket. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man das Ticket an sich kauft, um BlizzCon gucken zu können, sondern die haben das separiert, die BlizzCon kann man anscheinend jetzt einfach so schauen und dieses Banner bzw. noch ein paar andere Goodies gibt es einfach mit so einem Extra-Paket, das man sich kaufen kann. Zusätzlich wären die dabei, wenn man zu BlizzCon direkt hinfliegt, aber ich denke mal, das ist für die meisten jetzt nicht unbedingt das Ziel, da in die USA zu düsen, nur um die ein paar Goodies zu kriegen und dementsprechend kann man da ein bisschen was ausgeben, um die zu kriegen. Was gibt es da insgesamt? Wir kriegen einmal ein Pet, dieses kleine Mörlok-Pet, dann das Mount hier, den bezählten Blizzard und dann einmal das Toy, um das es heute gehen soll, frostiges Fire-Banner und das stellen wir jetzt einmal auf. Also basteln wir es hier mal hin. So sieht das Ding aus und das können wir dann auch noch anklicken. Und warte mal, das hat so einen kleinen Effekt. Dann haben wir nämlich hier auch das Banner einmal hinten drauf, was ganz cool ist. Da steht dann halt auch BlizzCon drauf, hat so einen Frost-Effekt, fallen ein paar Schneeflocken weg und das Ding bleibt dann auch quasi eine Stunde drauf. So wie das aussieht, können das auch alle anderen Leute anklicken. Zumindest wenn sie bei euch in der Gruppe sind, hat drei Stunden Abklingzeit. Also ihr könnt euch das dann quasi gegenseitig immer wieder hin und her basteln, das Banner, wenn ihr das am Rücken haben wollt. Genau, was müsst ihr jetzt dafür machen? Und zwar, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr quasi in den Shop gehen von Blizzard und dann auf BlizzCon Collection gehen. Und da haben wir dann für die BlizzCon 2023 quasi zwei Optionen. Einmal das epische Paket und einmal das legendäre Paket. Bei dem epischen Paket sind halt für WoW das Banner dabei und das Pet. Und beim legendären kriegt ihr halt das Mount noch dazu. Zusätzlich gibt es für alle anderen Blizzard-Spiele auch noch Stuff. Für Diablo gibt es Sachen, für Hearthstone, für Overwatch, für das Warcraft Rumble Game. Also da ist einiges, was ihr euch holen könnt. Und wenn ihr es nochmal genau aufgelistet sehen wollt, könnt ihr ein bisschen unterscrollen. Und da seht ihr dann genau aufgelistet, was in welcher Edition drin ist. Genau, soviel zu dem Ganzen. Ist jetzt halt eine Geschichte, wo ihr ein paar Euros ausgeben müsst. Ob euch das wert ist, muss dann halt jeder selber entscheiden. Ich als jemand, der die Collection möglichst komplett haben will, hab's mir natürlich gekauft. Gut, dann sind wir damit durch mit dem kleinen Video. Habt euch gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.